Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video. Nach über 3-4 Monaten machen wir endlich ein Video zusammen und wir gucken uns heute Thai-Rap an. Mit dabei habe ich Mamet Productions und Hikaru. Und genau, wir gucken uns welche Künstlerinnen an. Es geht um Millie, die wir ja schon zu gut erkennen. Wir haben 2 Reactions gemacht und sogar 3 auf meinem Kanal. Und Featuring Wanda Frame und Yin-Wa. Ich kenne die Namen jetzt nicht, aber ich sehe schon nach 4 Stunden fast 500.000 Klicks. Also nicht schlecht. Ich bin gespannt, weil Millie ist sowieso richtig Hype. Sie ist ein 18-jähriger Asian-Rap Talent. Ich bin gespannt, was sie hier jetzt gezaubert hat. Und wie gesagt, was uns erwartet. Let's go. So catchy, ne? Auf jeden Fall auffällig. Wow. 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 Was für ein Einstieg von Millie. Krass. Sehr sicher wartet. Okay. Okay. Was sieht richtig catchy aus mit dem. Wow, was zockt die da. Ja. Die Ohrige ist auch richtig krass im Schmetterling. Ja, ne? Sie ist echt krass. Also da hier noch dieses. Ist auch dieses so, wie so ein Haken auf 15 Punkte. Wie so ein Smiley. Außer wenn du lachst. Stimmt. Der Film war richtig cool. Cooler Style. Wir sind zwei Jungs auf jeden Fall. Man sieht das. Ja. Ich hoffe nicht, wer die sind. Wie schlecht. Vielleicht machen wir dich hübsch für diese zwei Jungs. Kann auch sein. Ihre Haare sind richtig krass. Die Haare sind richtig krass. Ja. Die Haare sind richtig krass. Ja. Wie ist das? Also, falls sie noch andere Lieder als Schratkin hinkommen haben. Wie sehr interessiert mir das ist. Wow. Wow, wow, wow. Das ist auch eher so oldschool vom Sound her. Hört dieses Blinken. Ja. Laufen zu. Vor allem ist die so voll süß und dann noch wenn die rappt, dann geht was ab. Ja. Als ob ich das Kind will oder so. Ja, ich seid so richtig, Tja. Alter. Die geht wie warme Schiff. Was ich hier feier ist auch. Ja. Ja, ich hatte Fleisch schon drähen. Haha. Wuh. Mach der Feuer, da kommst du ja gar nicht mit. Ich schießt scharf brrr. Ich muss ihre Reaktion feiern. Haaa. Saulichen Schiff. Das krieg ich doch. Irg. Und dann noch. Cooler Autist. Stasen die jetzt hat. Ich bin echt interessiert, was die gerade gesagt haben. Hochzeit. Ich glaube die Stimme ist diese Hochzeit. Dahinter sieht irgendwie ein bisschen trauriger aus. Diese Einstimmung ist auch cool. Wie die gemeinsam singen. Ja. Das war jetzt ganz erwartet. Nein, das war jetzt ganz erwartet. Nein, das war jetzt ganz erwartet. Das war jetzt richtig. Ränder. Jetzt wird das Jahr der Fall. Ja. Richtiges Overfunkel. Ja. Aber tot. Richtig romantisch wie sie guckt. Ja. Ich war so verliebt. Ich muss ja sagen, Millis Gesicht ausschaut in diesem Video. Richtig krass. Richtig lustig. Wollen wir mit 18? Wie kann man so talentiert sein? Ja. Richtig. Richtig lustig. Und die Melodie von Wonder Frey und Mia. Die beiden haben das dann wohl gemacht. Mhm. Krass. Das finde ich cool, dass die alle sehr erwähnen sind. Ja. Das ist echt gut. Ja. In Thai Pop ist eher so gewöhnlich, dass sie am Schluss dann nur sein Auto machen. Ja. Ja. Und dann noch so, wie so eine kleine Zusammenfassung vom Ganzen. Die so ein bisschen zeigen. Geil. Amazing. Ja. Also das war echt top, oder? Yes. Das war wonderful. Das war echt midi, muss ich sagen. Du bist echt geil. Richtig krass. Super, super, sehr gut talentiert. Ähm. Ja. War echt nice. Also falls ihr mehr Vorschläge habt zu Thai Pop. Ich hab schon einige abgecheckt. Guckt doch auf meinen Kanal. Da sind einige Thai Pop Reactions. Mhm. Und falls neu dazukommen solltet, auf jeden Fall abonniert ihn, damit ihr keins von ihm verpasst. Genau. Lasst ein Like da. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Genau. Wow. Immer weiteres machen. Mal gut, was du weitermachen. Ja, genau. Like hier nicht vergessen. Auge hier nicht vergessen. Und Comment hier nicht vergessen. Daumen und Herren. Genau. Hab ich alles erwähnt. Hast du? Ja. Man muss es nochmal sagen. Egal. Sag doch nochmal. Hat euch das Video gefallen? Lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen. Wirklich auch. Thanks for watching. And stay safe, stay healthy. Und wir sehen uns im nächsten Jahr in alter Frische wieder. Tschüss. Frohes Loisier. Chibio. Bitches. Doll suite. Musik. Musik. Vielen Dank.